Die 37. Ausgabe der Döbelner Frühlingswanderung Sachsen-Dreier findet nicht statt und wird auf einen späteren Termin verschoben. Das teilten die Veranstalter mit. Auf deren Homepage ist zu lesen, das Landratsamt Mittelsachsen hat die für den 10. April 2021 geplante Veranstaltung gemäß sächsischer Corona-Schutz-Verordnung untersagt, angesichts der aktuellen Situation und der steigenden Infektionszahlen ist die Verschiebung vernünftig. Der Start der Wanderung ist nun für den 2. Oktober 2021 geplant. Für alle, die es nicht abwarten können, werden fünf Wanderstrecken plus GPS-Tracks zur individuellen Bewanderung der Strecken zur Verfügung gestellt, teilte der Veranstalter weiter mit. Der Download ist ab dem 6. April 2021 im Internet auf sachsen-dreier.de möglich.